Ab geht's zu Jonny Perfekto. Den kennt ihr schon, den Stadtmund jetzt auch mal. Jonny Meister Perfekto aus der Slowakei. Topmann, der Brain vom PVA Hydrospool aus dem großen Ostblock ist bei uns zu Besuch hier und in Berlin Brandenburg zur Messe da und den müssen wir natürlich mitnehmen. Jonny Perfekto. Jonny, geil, dass du hier bist. Es ist uns mal wie ein Fest mit dir die Messe hier zu verbringen. Aber erstmal will ich also bedanken bei dir, wie hast du mir begrüßt. Also ich bin richtig froh, dass ich da bin. Du weißt, Wahnsinn was hier abgeht und wir mit PVA Stand sind wir wieder am Start und super läuft perfekt. Dankeschön nochmal. Und die Hydro Hex, die ihr von PVA Hydros bekommen, ihr habt 80 Stück mitgenommen, weil aus Produktionsgrund hättest du gerne mehr mitgenommen. Ganz genau. Wir haben es jetzt 12.20 Uhr und die waren jetzt innerhalb von drei Stunden ausverkauft. Drei Stunden. Seid ihr krankt, seid ihr wahnsinnig raus. Das Ding ist aber auch spitze, der Hydro Hex. Den bekommt ihr übrigens bei uns im Shop, wer ihn noch nicht bekommen hat, hier bei Jonny. Bei Kapokalypse. Bei Kapokalypse, ganz richtig. Jonny, ich muss immer wieder auf die Fragen gucken kurz mal. Jonny, was magst du lieber? Bist du Flussangler oder Seeangler? Was bevorzugst du? Also ich persönlich Seeangler, weil wir im Umgebung haben nicht so viele Flosse, weißt du. Also ich bin schon Seeangler. Also reiner Seeangler, ganz kurz, knackig. Jonny mag es. Am Stillgewässer zu angeln. Genau. Große Gewässer, über 1000 Hektar, das bin ich schon jetzt. Das ist dein Zuhause. Ja? Okay, so groß wie möglich. Ganz genau. Was ist so dein Lieblingssee in der Slowakei, der Größte? Also bei uns gibt es so eine große See, das ist schon über 1000 Hektar wie in Kralova. Super Gewässer mit unglaublichen Reliefen im Wasser und mit unglaublichen Fischen. Jonny, wir fühlen uns gerade eingeladen von dir. Ja, machen wir mal sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall mal. Das steht nämlich auch noch auf der Karte ganz oben mit. Jonny, nächste Frage. Bist du eher der Stalker, das aktive Angeln oder magst du mir einfach ansetzen, Routen raus, hinsetzen und jetzt kommt er? Ja, es ist unterschiedlich. Weißt du, bei meiner Arbeit, wenn ich Zeit habe, dann bleibe ich eine Woche am Wasser. Aber wenn ich schon ein paar Stunden angeln kann, dann kann ich lieber stalken. Ist es möglich für deine Arbeit mit PVA auch ein bisschen vom Wasser auszuarbeiten? Ganz genau, ganz genau. Also brauche ich nur Internet. Hat der eigentlich nur Internet, Handy, Laptop und dann arbeitet er am Wasser und lässt sich dort die neuesten verrückten Sachen vom PVA einfallen. Genau. Sehr cool, ja. Sehr schön. Jonny, dein absoluter Lieblingspoilie. Was ist dein Lieblingspoilie, auf den du nie wieder verzichten würdest? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich angere, was ich bekomme. Was ich bekomme, also. Jonny, was finkt? Ich vertraue für jede, welche, für jede Woli-Produzent, welche macht das, weißt du, weil ich weiß, dass die machen das auch mit Liebe. Und wenn ich was bekomme, gratis, probiere das auch gerne bei uns im Gewässer und teste das auch gerne. Sehr cool. Ehrliche Antwort finde ich cool, Jonny. Sehr cool. Ja. Ja, jetzt. Bist du eher der ordentliche Angler mit einer gut sortierten Deckelbox oder bist du eher der Chaot, der alles in den Eimer reinmacht, Deckel drauf, rein, im Bus und nach Hause fahren? Na, ich liebe das, wenn ich das alle habe, hat es schon eigener Platz und alles, auch die Vorfachmaterials und alles, das muss schon richtig ordentlich haben. Ja, weil Jonny ist nicht nur der Nameprogramm, bei ihm ist auch der Resperfecto, ja. Sehr cool, Jonny. Einen haben wir noch. Eine Frage habe ich noch, Jonny. Wenn du jetzt bis an deinem Lebensende nur noch eine einzige Route fischen könntest, eine einzige, eine Latte, welche wäre das? Was wäre dein Stock oder sagen wir uns, den fische ich bis mein Lebensende, das ist ein Stock, den packt. Welche Route? Ja. Hast du eine Lieblingsroute? Gute Frage, also ich habe die Nest Scope. Nest Scope. Nest Scope und da vertraue ich. Wie beim Robi Steinbrück eigentlich, es ist ein superguter. Aber habe ich schon auch vor Sonic Extractor und... Sonic Extractor auch nicht gekriegt, aber eine Scope ist eine Scope. Ja. Warum es war nicht vor, ja? Gute Wahl, gute Entscheidung. Habt ihr auch neue Produkte eigentlich jetzt mittlerweile auch gemacht? Genau, wir haben schon... Wo ist das? Da... Genau, das ist das 15mm System. Habt ihr das 15mm, ja? Zum weitwerfen, genau. Kann ich das gleich zeigen, schau. Gerade zum weitwerfen? Zum weitwerfen, perfekt. Wir werden es auf jeden Fall auch bei uns im Trieber und schoppen rein. Den finde ich gut. Super. Und dann die nächste... Und dann Big Mama. Big Mama, da passt richtig was rein. 50er. Ja. Aber Johnny, jetzt ganz ehrlich, wie stoppe ich das? Da habe ich keinen Stopp vorbei. Keine Stopp noch dazu, aber ich zeige es dir was. Ja, aber du kannst das nicht... ...den 25er auch rein. Der 25er passt auch so rein. Okay, cool. Und wir haben schon noch... Und das ist ja auch platzbar, du kannst ja das 30er und das 25er dann reinmachen, ne? Ganz genau, aber wir haben schon was im Plan. Und wahrscheinlich dieses Jahr kommen noch die 3 in 1. 3 in 1. 3 in 1. Also... Sehr cool, Johnny. Also 50, 35, 25 im Einruhr. Sehr cool, ganz kurzer Einblick nochmal bei PVA. Johnny, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Super, Dankeschön auch und wir haben noch eineinhalb Tage, also wir geben alles und ich freue mich auf ein schönes Wochenende. Sehr schön, danke, Johnny. Danke schön.